Vergnügen statt Zukunft und was Schmalhans Küchenmeister und beim Lebenzuschauen damit zu tun haben, erfährst du in dieser Folge von Eingespräch unter Freunden, einem Telefonat zwischen Florian Eckert und mir, ja Marco Gessinger. Nachdem wir uns 16 Jahre aus den Augen verloren haben, haben wir uns nun wiedergefunden und telefonieren einmal die Woche, um über die wichtigen Themen des Lebens zu sprechen. So, da sind wir schon wieder drauf. Es ist wieder eine neue Woche und wieder ein neues Glück. Nämlich Podcasten mit dem Jan-Marco aus Budenheim und dem Florian aus Hamburg. Unser Thema heute Vergnügen statt Zukunft. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Genau und heute wollen wir mal ganz besonders starten, weil nämlich meine liebe Freundin, die Siri, die will ihr nämlich was sagen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass ich das auch mit aufnehme. Wollen wir mal gucken, was sie zu sagen hat. Aha. Da kommt schon mal nix. Das ist schon mal sehr interessant, aber ich weiß auch, warum die nix sagen. Ah, da ist sie. Wunderbar. Ja, das müssen wir jetzt nochmal starten natürlich. Ich hatte natürlich extra, damit hier keine Störgeräusche sind, da hatte ich den Ton ausgemacht, da kann Siri natürlich auch nix sagen. Hallo Florian, ich wollte dir mal sagen, dass du bist ein super Gesprächspartner bist und ich mich jede Woche aufs Neue freue, euren Podcast zu hören. Weiter so und liebe Grüße, deine Siri. Ja, da hat es die ganze Zeit rumgenörgelt, habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir hier mal kurz was auf. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Also die Sendung könnte heute auch heißen Dankbarkeit und Demut. Zum Beispiel, ja. Ja, ich schließe mich gleich mal an. Also wie gesagt, ich bin auch immer wieder aufs Neue sehr, sehr dankbar, dass wir zusammen diesen Podcast haben und den aufnehmen können und immer zwischendurch fällt mir das wieder ein, was ich wieder gelernt habe durch unsere Gespräche und was ich wieder auch für mich mitgenommen habe beziehungsweise was wieder aufgewärmt wurde, was ich wieder nochmal neu entdecken kann oder was man alles auch in seinem Leben schon mal ausprobiert hat und eigentlich auch mal wieder gerne implementieren möchte. Ja, es geht mir genauso, ja, Markus. Es ist auch immer wieder schön, die ganze Sache wieder sichtbar zu machen. Und ja, es ist richtig cool. Vergnügen statt Zukunft ist das Thema heute. Ah, wo wir gerade bei der Dankbarkeit sind. Dann wollen wir das ganz schnell noch raushauen. Wir haben nämlich Top-Supporter. Und zwar haben wir heute die Rebecca, die Lise, die Daniela, den Carsten, den Thomas, den Sebastian, den Andreas, den Hartmut, den Marc mit K und den Marc mit C. Und Top-Unterstützer wirst du entweder, wenn du auf Facebook ganz genau da bei Eingesprächen unter Freunden unsere Beiträge likest und gerne auch teilst mit deinen Freunden, Bekannten, Familie und wer dir sonst noch wichtig ist. Und wenn du unseren Podcast gar nicht magst, dann gerne auch weiter teilen an Leute, die du auch nicht magst. Weil vielleicht passt es da dann einfach wieder. Oder heute rufen wir mal auf, schickt den Podcast mal zu eurer Geliebten oder zu eurem Geliebten. Genau. Und schaut mal, wie positiv plötzlich eure Beziehung sich dann noch bringt. Großartig. Vergnügen statt Zukunft ist das Thema heute bei Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Dieses Thema habe ich mir gewünscht, denn ich saß an meinem PC und habe ein YouTube-Video geguckt von einem ganz, ganz bekannten YouTuber, den Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Und zwar dieser Typ saß da und spielte an seinem PC ein Spiel, rauchte dabei eine elektronische Zigarette, hat also Energydrinks in rauen Mengen getrunken und Pizza. Und er lebt im Grunde von Pizza, Energydrinks und Rauchen. Und da habe ich gedacht so, scheiße, scheiße, Vergnügen statt Zukunft. Ob das wirklich Vergnügen ist? Ich habe dann viel mit dem Titel ein, Vergnügen statt Zukunft, weil ich dachte, boah, wenn der sich so ernährt, mit Pizza, Energydrinks, PC spielen, rauchen und geht nicht vor die Tür, dann wird das ein kurzfristiges Vergnügen, ja. Oder ein kurzfristiger Genuss und ein langfristiger Schaden. Und so ist die Idee entstanden. Er wird wahrscheinlich für immer gute Gelenke haben, weil die nie abgenutzt werden. Vielleicht, aber ich fand es schon krass. Also ich meine, ich kenne das von mir früher auch. Mir früher, damals noch 486er, die alten Hasen, hier werden das noch kennen, den alten 486er-PC, wie Command & Conquer gezockt haben über Netzwerkkabel, LAN-Kabel. Ja, noch mit den schönen BNC-Kabeln oder wie die hießen. Die Runden. Wo es 3D und Doom und wie es alles damals hieß, ja. Aber das haben wir mal, sag ich mal, zwei, drei Stunden gemacht. Aber so wirkt ja das irgendwie bei den Leuten, dass jeder YouTuber jetzt irgendwie den ganzen Tag am Zocken ist. Das abfilmt, sich selber abfilmt dabei, wie er das Computerspiel spielt. Und dann irgendwie dabei, wie gesagt, raucht, Energydrinks trinkt und Pizza. Und wie gesagt, dieser YouTuber hat seinen Schrank gezeigt. Und da war nur eine bestimmte Energy-Marke drin. und nur Pizza, wo ich dachte, hoppla. Und dann sagte er, ja, er hätte Bauprobleme in letzter Zeit. Und so, ja, ich wüsste auch, warum er Bauprobleme hat. Und, ja, krass. Und so ist die Idee entstanden. Vergnügen statt Zukunft. Das ist immer so geil. Wenn so Sachen so offensichtlich sind. Ja, ich wudere mich total, warum ich so unsportlich bin. Nein, wirklich. Der meinte ganz viel ernst in die Kamera, ich habe irgendwas mit dem Magen, gucke mal zum Arzt. Und ich dachte, ja, ich kann dir sagen, warum du was mit dem Magen hast. Diese verdammten Scheiß-Energydrinks, die sowieso absolutes Gift sind für deinen Körper. Und dann ballerst du dir noch die E-Zigarette rein mit hohem Nikotinanteil und ballerst dir da irgendwelchen Fastfood rein. Und dann sitzt du den ganzen Tag am PC und zockst irgendwelche Spiele. Aber er verdient damit gutes Geld. Aber wie gesagt, ungelogen. Also er verdient damit super Geld. Ja, er ist ja super erfolgreich. Er verdient gutes Geld damit. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, und das fielen mir dann so auf, weil ich ja früher auch mal lange Zeit geraucht habe, setze ich für das kurzfristige Vergnügen den langfristigen Schaden, nehme ich den in Kauf. Und das war so die Idee, also Stichwort Rauch und Genuss versus Vergnügen. Und die Frage auch überhaupt, Jan-Marco, ist Zukunft überhaupt sexy? Weißt du? Du stellst dir mal Fragen, es ist unglaublich. Also du kriegst als nächstes Mal von mir den Philosophie-Award, glaube ich, verliehen. Weil es ist aus dem Nichts. Also man rechnet mit Nichts, ja. Kommst du dann immer so angepirscht und dann kommt so eine Frage raus, wo ich dachte, oh krass, da sollte ich mal jetzt ein Momentchen drüber nachdenken. Er kann ja auch sagen, dieser YouTuber kann ja auch sagen, vielleicht ist für den die Zukunft ja überhaupt nicht sexy. Dass der sagt, ach komm, was kostet die Welt? Es ist eine total berechtigte Frage. Ja. Will ich überhaupt lange, lange leben? Will ich überhaupt, wie diese Frau jetzt 117 werden? Mit zwei rohen Eiern und 150 Gramm rohem Fleisch am Tag? Mhm. Also will ich das überhaupt? Oder habe ich halt Bock, dass ich jetzt ein Computerspiel zocke, rauche, Energy-Drinks, trinke in rauen Mengen und Pizza esse? Ja, es ist, also wie gesagt, es ist sehr, 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 sehr berechtigt und ich sehe da auch so eine gewisse Trendwende. Es kann aber auch einfach mit meiner persönlichen Entwicklung, meinem Umfeld und auch mit der Entwicklung meines Umfeldes natürlich zu tun haben. Aber wenn ich mal so zurückdenke, als wir jünger waren, das war wirklich auf ganz, ganz breiter Flur, weil da war ich ja in der Finanzbranche und hatte die ehrenvolle Aufgabe, eben die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht ganz cool sein könnte, schon mal so ein bisschen was auf später vorzusorgen, ein bisschen was zurückzulegen, vielleicht auch mal an Altersvorsorge zu denken oder wenn man mal ein Häuschen bauen möchte oder sich mal einen besonderen Wunsch erfüllen möchte, dass es Sparen dafür ganz, ganz gutes, ganz gutes Werkzeug sein könnte, um es mal so zu umschreiben und da war auf breiter Flur überall und ich höre das ja auch immer wieder und ich weiß, da könnte man mal was machen, sollte man, aber ich lebe halt jetzt, wer weiß, ob ich morgen überhaupt noch auf der Welt bin und selbst wenn ich jetzt gesund lebe und alles spare und so, dann überfährt mich übermorgen zufällig ein Auto oder ich verletze mich im Urlaub oder keine Ahnung, wer weiß denn, ob ich das dann noch ausmache und es war aber wirklich so auf breiter Flur und mit so einer Vehemenz, also dagegen zu argumentieren, das war echt, wie wenn du mit 50 aufwärts einfach gegen so einen Betonblock gefahren bist, also das hat echt nichts gebracht und da kamst du auch ganz häufig nicht ran und jetzt ist es anders oder beziehungsweise oder auch viele sind ja dann doch irgendwann zwischendurch auch die Schritte gegangen und haben halt gesagt, naja, ich sollte mich vielleicht über das eine oder andere dann doch mal informieren oder mich mal damit befassen, wie könnte ich mich dann ein bisschen besser absichern oder haben vielleicht dann auch, vielleicht auch einfach durchs Leben festgestellt, Mensch, hier und da gibt es mal Wünsche und die kann ich mir nie erfüllen, wenn ich einfach immer nur im Netz lebe und jetzt ist es schon so, dass du meistens eher offene Türen und Fenster vorfindest, wenn du solche Themen mal ansprichst, ja. Ja, und auch dieser YouTuber, um in diesem Bild nochmal zu bleiben, der, der jetzt nicht genug Geld verdient dort mit seiner, also gehört, glaube ich, zu den Top 5 YouTubern in Deutschland, würde genug verdienen, also er könnte ja auch ganz andere Sachen machen, also das ist jetzt nicht, weil er das Geld nicht hat, ne, also einfach auf... Und das finde ich so richtig mega spannend. Mal Hans Küchenmeister, wie man so immer gesagt hat. Und also ich nehme jetzt so einen ganz neuen Trend wahr, auch gerade durch diese YouTuber oder auch die Leute, die so Online-Geld verdienen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich kann da total falsch liegen. Keine Ahnung, also da müsste man wahrscheinlich wirklich mal genauer in deren Leben und so reingucken. Aber ich habe das Gefühl neuerdings, dass ich immer mehr Leute im Umfeld habe oder Leute zumindest beobachte oder so beim Leben zuschaue. Beim Leben zuschaue, das ist auch schön. Ja, das tut man halt heutzutage viel, sei es durch Podcasts, wo die Leute immer wieder mal erzählen, was sie so machen, wie sie leben, was für Entscheidungen sie durchgehen oder auch durch diese ganzen YouTube-Kanäle, wo ja wirklich ganz, ganz viele blank ziehen und quasi, also gefühlt fast alles mit ihren Leuten teilen. Sie wohnen, wo sie wohnen, mit wem sie befreundet sind, wo sie nicht befreundet sind, wo es Beef gab, wo sie sich gestritten haben, wo sie sich wieder vertragen haben, mit wem sie zusammen sind, mit wem sie sich getrennt haben, wie die Kinder aussehen, was die gerade machen und wirklich alle Register werden gezogen, zum Teil die Freunde, dann werden die Freunde und die Familie gleich auch noch mit eingeladen, dass sie auch noch in ihren eigenen Kanal starten und dann wird da quer verwiesen. Also wie gesagt, ich brauche es gar nicht zu erzählen, du weißt es sowieso und ich glaube, der eine oder andere Zuhörer weiß es auch. Und insofern nenne ich das halt einfach mal beim Leben zuschauen, weil im Endeffekt ist es halt so, ja. Du kriegst alles gezeigt, du kriegst gezeigt, wann sie in Urlaub fahren, wann sie da sind, was sie da erlebt haben, wie viel Depressionen sie haben und keine Ahnung, was nicht noch alles, ja. Das ist echt schon hochgradig spannend. Und da habe ich bei vielen so plötzlich das Gefühl gewonnen, habe ich gesagt, ey krass, ey, wenn die so ultra erfolgreich sind, und wirklich auch nur ansatzweise so viel verdienen, wie uns dann auch gerne von verschiedenen Reportern mal vorgerechnet wird, was so ein YouTuber eigentlich alles verdient und so, ja. Warum leben die dann teilweise in ganz normalen Wohnungen und Häusern oder sitzen auch in so einem kleinen Zimmerchen oder in so einem Coworking oder haben eigentlich im großen Ganzen relativ bescheidenes, überschaubares Leben, haben zum Teil keine Autos mehr, was früher ganz... Das hat ja irgendwie ein Schloss nicht gekauft jetzt. Das ist auch richtig, das ist ja auch verdient. Ja, ja, das ist auch verdient. Nein, das gibt es natürlich auch. Also das will ich jetzt nicht in Abrede, aber so in der Summe. Also entweder ist es doch nicht so mega erfolgreich oder die können gar nicht damit haushalten, dass es eben dann doch immer irgendwie weg ist. Aber ich habe eine neue These für mich entwickelt, und da kannst du ja gerne mal mit reingehen, dass die zum Teil einfach so aus einem ganz anderen Leben kommen, von zu Hause einen ganz anderen Lifestyle gewöhnt sind und eigentlich im großen Ganzen auch gar nicht wissen, was sie eigentlich mit der ganzen Kohle machen sollen. Also weil das ist mir auch in anderen Bereichen jetzt schon untergekommen. Also wenn jetzt zum Beispiel Eckart Tolle oder sowas wurde ja auch gefragt, Mensch, du hast jetzt zig Millionen Bücher verkauft und hältst so und so viele Seminare. Du musst ja, selbst wenn ich hier nur so eine Schulmädchen oder Milchmädchenrechnung auf dem Bierdeckel mache, musst du Millionen verdient haben. Das geht technisch eigentlich gar nicht anders. Was machst du denn damit? Und er so, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Anreize, das liegt jetzt irgendwo rum. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Stiftung. Und ich habe teilweise so den Eindruck, dass es da Leute draußen gibt, die einfach, also beziehungsweise kenne ich dann teilweise eben auch von Studenten und dann gehen die so in ihren ersten Job rein und dann verdienen die plötzlich im Verhältnis zu dem, was sie vorher an Geld hatten, unglaublich viel. Es scheint oftmals auch so der größte Sprung zu sein. Und die mir dann auch immer gesagt hat, du, ich mache doch alles, was ich will. Ich treffe mich mit meinen Freunden, ich gehe mal einen Kaffee trinken, ich mountainbike gern und fahre vielleicht eins, zweimal im Jahr im Urlaub. Da bin ich happy mit. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Geld hin soll. Und das ist so für mich eine komplett neue Wahrnehmung, weil sonst einen Großteil meines Lebens hatte ich immer so ein bisschen so die Weltsicht. Alle waren pleite. Selbst die, die drei oder vier oder fünfmal so viel verdient haben wie ich, hatten trotzdem keine Kohle. Und klar, weil sie auch immer ihren Lifestyle so dementsprechend hochgefahren haben, sie haben halt mehr verdient, zack, bumms, größere Wohnung oder ein neues Badezimmer oder eine geilere Küche oder den Thermomix oder ein neues Auto oder fürs Auto irgendwelches Zubehör oder eine neue Stereoanlage. Und egal, wie viele Leute verdient haben früher, die waren tendenziell eigentlich immer in Anführungsstrichen pleite. Vielleicht wird der eine oder andere auch noch einen Sparauftrag haben oder sowas und dass er ein bisschen was auch noch zur Seite geschaffen hat. Der Luxus von morgen und warte mal, der Luxus von heute ist der Standard von morgen. Ja. Ist so. Genau, so ein bisschen das Ding. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Luxus von heute ist einfach irgendwie Zeit und Genießen. Und das können die meisten Leute sehr, sehr viel einfacher. Und auch so dieses Auto, was früher einfach im Prinzip zumindest gefühlt jeder irgendwie hatte, hat Führers, ja, was heißt noch nicht mal Status, war eigentlich noch nicht mal Status, war eigentlich einfach normal, du hast mit 18 deinen Führerschein gemacht. Ich habe da ein schönes Bild. Ich war am Wochenende, habe ich mich mit Freunden getroffen, ne? Im Lagerfeuer, haben wir ein bisschen gesessen so und dann hat der eine so erzählt, dass es früher ja sogar den Mitgift gab, Also immer diese, ja, dass man quasi, dass die Frau was mitbrachte in die Ehe, ne? Und das war damals bestimmtes Porzellan und irgendwelche Gläser, Römergläser und Silberbesteck und so, ne? Mhm. Und die Aniquitätenhändler sind davon voll heute und du kriegst dafür keinen Cent mehr. Ja. Und die haben früher ein Schweinegeld in die Hand genommen, um diese Sachen zu kaufen. Ja. Und heute sind sie keinen Cent mehr wert. Und ich dachte, guck mal, da wurde ein Bild gemalt, ja, ihr müsst Römergläser haben, ihr müsst hier diese, diese Decken haben, ihr müsst diese Sachen haben. Es wurde alles als Mitgift gekauft, ne? In die Familie mit reingebracht und heute, im Aniquitätenladen, kriegst du da keinen Cent mehr für. Mhm. Geht sie bis zu dir? Ja, aber es geht, geht aber durch, ja, aber genau, aber das, das sehe ich halt auch immer mehr. Also das kannst du alles durchgehen. Ich habe jetzt mal wieder bei mir großartig ausgemistet. Äh, zu der Beruhigung, weil ich das ja mal angekündigt hatte, dass ich eben, wenn ich auch gerne mal an die Zuhörer ein paar Bücher verlosen möchte und so weiter und so fort, es gibt da auch noch ein paar Sachen, ja, äh, könnten wir auch vielleicht einfach mal, ja, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber lass uns mal nächste Sendung damit gerne auch starten. Aber ich habe jetzt auch einfach mal geguckt auf den üblichen verdächtigen Plattformen, die ich jetzt gar nicht großartig bewerben möchte, weil ich das teilweise, also klar, die machen da einen Service und das ist auch echt alles cool, aber das ist so unverhältnismäßig, ja, also wenn ich mir einfach angucke, was ein Buch kostet, selbst wenn ich es gebraucht kaufe teilweise, ja, und du kriegst nur noch Centbeträge für DVDs, für CDs, für Bücher, es wird vorausgesetzt, dass die eine tolle Qualität haben, äh, im Prinzip mehr oder minder jungfräulich sind, sonst werden sie gar nicht mehr angekauft und dann kriegst du da ein paar Cent für und ich, ich sitze da manchmal und denke mir, wer macht denn das? Bücher sind eine tolle Wissensquelle, also Bücher würde ich nie verkaufen, weil Bücher sind die perfekte Wissensquelle in meinen Augen, weil du weißt ja nicht, ob du in der Zukunft noch Internet hast, ob das irgendwann reglementiert wird, das heißt, das Buch ist schon ein sehr mächtiges Tool eigentlich, also ich möchte auf meine Bücher nicht verzichten, ich denke, sie sind also unglaubliches Wissen, komprimiertes Wissen, was ich ohne Strom, ohne Internetzugriff, dauernd im Zugriff habe. Das stimmt, also vor allen Dingen, weil jetzt natürlich auch viele Bücher oder zunehmend auch jetzt wieder einfach wirklich meine Bücher werden, ja, das heißt, es gab auch mal einen Vortrag von einem, von einem, von einem ganz bekannten Professor, der gesagt hat, die meisten Bücher kennen wir überhaupt nicht, weil uns die gar nicht zugänglich gemacht werden. Ja, weißt du, da wäre ich aber kritisch, ob das, also, weil ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, also ich persönlich glaube, wo wir so viele Informationen auf Zugriff haben, wie das noch nie der Fall war. Ja, wir haben keine Wahl. Über lange Zeiten war es wirklich so, du musstest studieren und in eine Universitäts- oder Stadtsbibliothek gehen, um bestimmte Bücher überhaupt zu bekommen oder wenn du dich mit bestimmten Themen befasst, dann musstest du es aus Büchern ziehen. Und heutzutage ist es so unglaublich verfügbar und fast jedes gute Buch ist mindestens einmal irgendwo besprochen worden oder nochmal zusammengefasst worden, was ich jetzt auch entdeckt habe. Gibt es auch auf Amazon wahrscheinlich auch woanders, dass auch einfach viele Leute sich die Mühe machen und eben Bücher zum Beispiel in drei Minuten oder sowas zusammenfassen oder dass es so Kurzhörbücher gibt. Also fünf Minuten bekommst du dann das neue Buch von Tony Robbins, der hier Money Master the Game, glaube ich, heißt, sein neuestes Buch und dann gibt es da halt jemand, der das eben in drei bis fünf Minuten eben halt dann zusammenfasst, die Kernthesen. Das heißt, es ist so unglaublich verfügbar und das ist schon die geilste Zeit, was das anbetrifft. Aber auf der anderen Seite werden natürlich auch so viele Bücher geschrieben, wahrscheinlich auch nie zuvor. Und deswegen bekommt man natürlich auch eher nur die Blockbuster und die Bestseller und sowas eben halt mit und viele andere Bücher, die vielleicht auch toll sind, die verschwinden irgendwo. Ja, aber wir haben auch einfach... Bestseller, ne? Die sich am besten verkaufen. Genau. Und die kannst du natürlich auch am besten bewerben und ich bin mir sicher, es gibt so viele wirklich tolle, handwerklich gut gemachte Bücher, jetzt nicht nur aus dem Sachbuchbereich, was mich jetzt am meisten interessiert, sondern auch in der Belletristik, wo ich das Gefühl habe, die sind toll. Und wir haben jetzt hier um ein paar Ecken, haben wir so eine öffentliche Bibliothek oder wie man das halt nennt, also so einen Schrank, wo man eben halt seine Bücher reinstellen kann, wo ich auch regelmäßig auch immer mal irgendwelche Sachen reinstelle. Ich hole mir da aber auch immer wieder was. Und das finde ich im Übrigen auch echt ein sensationell cooles System und nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass es so unglaublich gut funktioniert, stellen wir auch manchmal so unsere Bücher, die wir jetzt so zum Schmökern haben, also jetzt nicht unsere Sachbücher oder sowas, sondern eben halt, wenn wir eben auch noch mal ein bisschen Belletristik lesen und sowas, stellen wir jetzt auch mittlerweile meistens da rein und sagen halt so, ja, und wenn wir noch mal reingucken wollen oder wenn wir es dann noch mal lesen wollen, dann können wir uns das auch wiederholen. Aber in der Zeit muss es ja nicht hier in der Wohnung rumstehen, sondern dann kann das ja eben auch jemand anders genießen, ja. Und das funktioniert echt erstaunlich gut und es sind auch manchmal Kochbücher drin. Egal. Wollte ich gar nicht so tief drauf gehen. Hier in Bussen, das funktioniert ganz toll. Also in Bussen gibt es so Regale beim HVV und dann stellst du die in die Regale rein. Das heißt, im Bus gibt es ein Regal mit Büchern und dann packst du die Bücher rein und nimmst dir welche raus. Oh, das ist ja super. Das ist der Hammer, ja. Das ist ein super Modell hier in Hamburg mit den Büchern. Ist nicht in jedem Bus, da sind bestimmte Buslinien, die machen das und da kannst du wirklich in das Regal reingreifen und dir ein Buch rausnehmen und wieder eins reinlegen oder so. Also ganz toll. Das ist echt großartig. Das inspiriert mich gerade ganz neu. Also ich meine, das finde ich sensationell. Ich feiere das gerade so in meinem Herzen und meine Vorstellung tut ab, weil es ja tatsächlich oft so eine Situation ist, gerade wenn du regelmäßig Bus fährst, wo du auch immer mal irgendwie gerne in was reinschaust und dann kann man ja durchaus dann eben auch mal in irgendein Buch ein bisschen reinschmökern. Aber was mir auffällt, tatsächlich ist von einer der hauptfrequendiertesten Bushaltestellen von mir ist auch in der Nähe dieser Bücherschrank. Also könnte ich eigentlich immer hingehen, schnappe mir irgendein Buch da raus und fahre halt ein bisschen in der Gegend rum und lese was. Und wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich es da auch wieder zurückstellen, wenn es nichts war. Aber habe so dann auch immer mal wieder eine neue Inspiration oder vielleicht auch mal ein Buch in der Hand, was ich vielleicht sonst unter Umständen nie, auch nur im Entferntesten, irgendwie mal angeschmökert hätte. Also ich bin ja großer Fan von grebstrack.de. Wir können auch mal einen Link bei uns in die Shownotes packen. Und da bin ich ja schon seit über einem Jahr als Kunde und da fassen die halt Bücher zusammen auf fünf Seiten. Und das ist ein bisschen umfangreicher als auf fünf Kernthesen. Und das ist immer super cool. Also das drücke ich mir dann aus und dann nehme ich das mit auf die Bahnfahrt oder wenn ich mal die Nasszelle aufsuche. Einfach großartig. Und dann schmökere ich mir dein ganzes Buch quasi durch und arbeite mir da die Raubthesen raus und gucke, was für eine Theorie dahinter steckt. Und das ist auch toll. Aber es ist trotzdem, die Zusammenfassung ist nicht wie ein Buch lesen. Ich finde, Buch lesen hat immer noch was Schöneres, so als eine Zusammenfassung zu lesen. Ja, im Übrigen muss ich auch noch mal tatsächlich da eine Schneise in die Bresche schlagen oder wie man auch immer das schön ... Die Bresche in die Schneide schlagen. Genau. Oder einen Nippel in die Öse führen. Nippel durch die Lasche ziehen. Genau. Und die kleine Kurbel bis ganz nach oben drehen. Genau. Das wäre eigentlich auch mal ein schöner Song, den wir uns noch mal wünschen könnten. Nein, aber was ich wirklich sagen wollte, es ist halt doch immer ganz cool, wirklich mal wieder so ein Papierbuch in die Hand zu nehmen. Und ich meine, ich habe auch ein Kindle und ich habe ein Tablet. Ich kann das nicht. Tablet und ein Kindle kann ich überhaupt nicht mit. Kriege ich nicht hin. Ja, also ich kann das so über gewisse Weilen und hin und wieder funktioniert es mal, aber es ist für mich trotzdem immer wieder so ein Genuss, wirklich so ein Papierbuch. Und oftmals, auch wenn es so ein älteres ist, das schon so ein bisschen vergilt und sowas, ich genieße das immer wieder. Und dann hatte ich mit einem Ingenieur lustigerweise jetzt auf Teneriffa ein längeres, nettes Gespräch. Und dann meinte ich auch so, ja, und wir schleppen da doch immer wieder zu viel mit. Unter anderem haben wir jetzt irgendwie fünf Bücher dabei, wo ich natürlich irgendwie maximal drei von lese in meiner Urlaubszeit. Und dann meinte ich, ja, das ist bei mir ganz easy. Ich habe meine ganze Bibliothek auf so einem Kindle. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich auch. Also, nee, stimmt, habe ich nicht. Aber einen Großteil oder vieles, was ich so vorhabe, habe ich auf dem Kindle. Und ich lese es dann trotzdem lieber. Wirklich in Papierform. Und was ich neu für mich entdecke, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang, weil ich da auch so ein Abo habe bei Audible. Und da kannst du dir halt günstiger und regelmäßig einfach immer Hörbücher holen. Und ich stelle fest, so die richtig guten Bücher, die kaufe ich mir dann trotzdem. Weil ich dann eben die auch noch mal eben so, wie ich das eben gerne mache, eben genüsslich die durcharbeiten möchte und mir einfach die Stellen anstreichen möchte oder meine Klebemarker reinklebe und so. Und das geht eben so beim Hörbuch nicht. Richtig. Oder auch die Klebemarker rein, bestuft, markieren, Kreuzchen machen, unterstreichen. Und das Entscheidende ist, wenn ihr Bücher zusammen, das ist ein ganz wichtiger Trick noch mal, wenn ihr Bücher so lest und dann macht ihr euch eine Markierung im Buch, macht oben rechts ein Kreuz, zwei Kreuze oder drei Kreuze für die Wichtigkeit. Ja. Und schreibt euch vorne ins Deckblatt die Seitennummer. Sonst weißt du nämlich nicht mehr, wo das Thema war. Ja, das ist total super. Also das habe ich früher, genau als wir uns kennenlernen, habe ich das nämlich auch schon immer so gemacht. Da habe ich immer so die wichtigsten Stichpunkte, habe ich immer mit Seitenzahl vorne reingeschrieben schon. Und das Gute, dass du es jetzt sagst, weil das habe ich zwischenzeitlich dann jetzt immer auch wieder ein bisschen sträflich vernachlässigt. Und dann ist es dann doch schwierig, gerade wenn man eben so viel Bücher liest, dann immer ganz schnell wieder bestimmte Themen oder auch mal spontane Inspirationen für einen Vortrag oder was auch immer oder für eine Podcast-Folge eben dann schnell zur Hand zu haben. Aber was ich immer ganz wichtig finde, Jan Marco, immer auch diesen alten Satz, da halte ich mich immer, ich habe auch ganz viele Bücher, aber immer diesen Satz, ich lasse erst wieder Input zu, wenn ich keinen Output mehr habe. Ja. Weil ich finde, Input ist ohne Ende möglich in der heutigen Zeit. Aber wirklich zu sagen, ich lasse erst wieder Input zu, wenn ich keinen Output mehr habe. Mhm. Ja, ist super wichtig. Ich blockiere sonst irgendwann. Wenn ich mir so viel Wissen reinhämmer, das muss bei mir auch verarbeitet werden. Es sollte so sein, ja. Ja, ja. Deswegen lieber kleinere Dosen, kleinere Dosen, aber dann wirklich auch immer auch umsetzen. Ja, von dem ist entscheidend, also zumindest jetzt bei mir, ist eben halt auch, dass die Umsetzungszeit ja da sein muss und auch die Umsetzungskraft. Und wenn man sich die ganze Zeit inspiriert und fortbildet, dann bleibt die halt dann doch häufig auf der Strecke. Genau, und letztem Grunde auch in die Anwendung bringen. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tipp von dir. So, wo wir jetzt gerade hier bei Notizen und Anstreichen und Markern und so weiter und so fort sind, gucke ich mal auf den Richie, der jetzt seit zehn Minuten schon wieder hier winkt. Und ich würde mir sehr, sehr gerne, weil ich es in letzter Zeit so viel gehört und abgefeiert habe, von Little Class und Joko Flex wünschen, Stift und Block. Hey. Kennst du das? Nee. Dann ist jetzt Zeit. Little Class und Joko Flex, Stift und Block. Großartig. Bis gleich. Wenn deine Alte lernen willst, kein Problem. Ich komme vorbei. Ich komme nicht allein. Ich habe Stift und Block. Stift und Block. Das ist ja ein geiles Sieg. Ja, wunderbar. Ich bin nicht ganz perfekt, aber nah dran. Hier ist ein Gespräch unter Freunden. Ich lasse das Licht an beim Sex mit Jan-Marco und Florian. Ich glaube, diese Sendung wird wieder unter explizit gepackt bei iTunes. Ja, nur, dass es das noch nicht gab. Vielleicht sollte man da, nee, das machen wir nicht. Also das könnte man auf verschiedene Art und Weise verstehen. Richtig. Das eine tun, das andere lassen. Auch ein Riesenthema. Mhm. Ja. Absolut. Denn du, dann kommst du wirklich in die Wirkung. Habe ich diese Woche gelernt, Jan-Marco. Das ist ganz wichtig. Lass uns mal auf der kleinen Hörnerinne zergehen. Das eine tun, das andere lassen. Sehr schön. Die meisten machen immer nur, tun das eine, aber lassen das andere nicht. Und deswegen kommt es nie in die Wirkung. Funktioniert es auch nicht. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will jetzt fitter werden, das eine tun, zum Beispiel joggen gehen, und das andere lassen, aber auch kein fettiges Essen mehr zu mir nehmen. Ja, zum Beispiel. Wobei das noch sehr, sehr naheliegend ist. Hast du ein schöneres Bild für diese Metapher, das eine tun, das andere lassen? Ja, schöneres Bild habe ich jetzt nicht, aber was mir eben gleich eingefallen ist, dass wir ja gerne eigentlich immer alles haben wollen. Weißt du? Also, da habe ich aber auch schon in einer anderen Folge mal drüber gesprochen. Also, bestes Beispiel, ich treffe einen alten Bekannten von mir, und dann sprechen wir so drüber und sagen, ja, und wir haben jetzt gerade die zweite Wohnung gekauft, und wir haben Hunde, die machen uns so Freunde, Freude, und wir verbringen einfach super gerne Zeit mit denen. Ja, aber es ist schade, jetzt haben wir halt mit den Wohnungen und den Hunden und sowas haben wir eigentlich immer so viel zu tun, und dann müssen wir uns um die Vermietung kümmern und was weiß ich was alles, dass wir eigentlich gar nicht mehr länger wegfahren können. Also, wir können Urlaub nicht mehr so genießen. Und da fällt mir dann immer sofort die erste Frage jetzt, ja, aber was ist denn wichtig? Würdest du denn für einen coolen, langen Urlaub deine Hunde aufgeben oder wieder abgeben? Richtig. Und dann sagt der, nö. Und dann sage ich, ja, dann ist doch Bingo, dann freu dich doch drüber, dass du die Hunde hast, oder bei anderen ist es auch, dass sie sich dann immer ewig beklagen, weil sie jetzt Kinder haben, können sie nicht mehr so viel reisen wie früher oder das und das und das jetzt nicht mehr machen. Wo ich auch sagen muss, auch wenn ich es jetzt selber noch nicht bewiesen habe, aber ich stelle es immer wieder fest, es geht alles. Also, ich kenne mittlerweile zig Leute, die fast permanent um die Welt reisen und auch Kinder haben. ein extremstes Beispiel, das ich kenne, ist ein Paar, die sind beide Online-Unternehmer, die haben mittlerweile sechs Kinder und reisen regelmäßig halt um die Welt mit denen und arbeiten halt von unterwegs. Und jetzt achte ich da immer auch drauf, weil wir natürlich auch oft so dieses Weltbild bekommen haben, ja, und wenn wir uns dann für Kinder entscheiden, dann geht ganz vieles nicht mehr. Und da haben wir jetzt wieder ein junges Pärchen auf La Gomera beim Wandern getroffen und die hatten eben halt auch in so einem Umhängesack quasi halt ihr Kind dabei und dann bin ich natürlich sofort dahin gepirscht und habe gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit Kind reisen und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, klar, ist nicht mehr ganz so wie früher, weil du natürlich immer das Kind mitnehmen musst. Das heißt, jemand muss einen Rucksack tragen und der andere muss eben das Kind halt tragen, wenn es selber nicht mehr laufen kann und ein kleines Kind läuft halt fast überhaupt gar nicht. Aber die haben beide, also mit auch so einer Freude bestätigt, ey, lasst euch da bloß nichts erzählen, das macht so Spaß und es ist auch so cool und es ist auch so eine Freude. Wir machen jetzt halt nicht mehr diese Mammutwanderung wie früher, aber es geht unglaublich viel weiterhin. Ja, und was ich da ganz, ganz wichtig finde, ja Marco, gerade bei diesem Bild, ja, dass ich immer wieder auch in den Coachings feststelle, ist das deine Wahrheit? Genau. Ich merke das immer wieder bei den Leuten, dass die dann sagen, irgendwann sagt mal jemand zu denen, ja, mit Kindern kann man keinen Urlaub machen, ja? Und dann sagt der andere, ja, das stimmt. Und damit macht er diese Wahrheit des Anderen zu seiner Wahrheit. Genau. Und vor allem auch ohne das mal geprüft zu haben. Ohne es geprüft zu haben. Aber das finde ich so ein krasses Wort. Deswegen immer die Frage stellen, ist das deine Wahrheit? Und ich stelle ganz oft immer wieder fest, dass die Leute diese Wahrheit nicht überprüft haben. Und sie nehmen es als Wahrheit an. Ja, ist halt so. Und deswegen immer wieder Obacht, ne? Augen auf bei der Berufswahl. Obacht. Ne? Es ist möglich. Ja, vor allem auch immer Augen auf im Straßenverkehr. Richtig. Ganz wichtig auch. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und generell beim Verkehr auch, weil deswegen jetzt wird Florian auch das Licht an. Ja. Deswegen, also, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid so ein Baum, da kann mal ein Sturm kommen, da kann mal ein Ästchen abbrechen. Aber der Baum steht. So ist es. So ist es. Das ist auch ein schönes Bild. Und die Hand, die was gibt, die bekommt auch was zurück. Obwohl wir hier gerade bei Baum waren, muss ich ja schon wieder an einen neuen, herrlichen Party-Song denken, den ich auch genauso viel wie Stift und Block gehört habe in letzter Zeit und jetzt auch gerade gut passt. Und da wir jetzt auch schon eine halbe Stunde wieder sprechen, würde ich mir an dieser Stelle von den 257ern wünschen Holz. Ja, cool. Ein ganz superschöner, filigraner Hit, der sowohl Lust zum Tanzen macht, als auch zum Nachdenken einlädt und nebenbei auch einfach einen sehr, sehr schönen, zum Schmunzeln anregenden Videoclip auf YouTube hat. Also, wo auch immer der Name herkommt, 257er mit Holz. Hey. Na, merkst du, dass du das so richtig schön schunkeln kannst? Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, wunderbar. Und dann erzählt er eben alles, was man mit Holz machen kann und es natürlich eben auch mit Augenzwinkern. Genau. Aber macht richtig, richtig Spaß. Empfehle ich auch, immer mal wieder zu hören. Wenn vielleicht auch das Leben mal drückt oder man nicht so gut drauf ist, ist das auf jeden Fall einer der Lieder, die mich sehr beschwingen und einfach wieder die Lebensfreude zurückholen. Vergnügen statt Zukunft ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Und, ähm, ja. Geht ein bisschen um Regfokussieren heute. Also, dass man sich wieder quasi in den Fokus setzt. Und das habe ich auch gelernt die letzte Woche, Jan, Markus. Fokus bedeutet Freiheit. Ja, wir könnten jetzt auch mal anfangen, mal so richtig, richtig wirklich da, äh, einzusteigen. Also, das eine oder andere, äh, habe ich jetzt tatsächlich auch vorbereitet und mitgebracht für diese Sendung. Oh. Und zwar habe ich ein Zitat mitgebracht, dass, äh, also, das man auch einfach besser nicht mehr, nicht mehr sagen konnte, weil, weil eigentlich war ja es geplant, dass wir bis hierhin jetzt extrem dieses Thema schon auseinandergerupft hätten. Ja, also, warum denn eigentlich Vergnügen gegen die Zukunft steht? Wir haben am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich viel extremes, exzessives Vergnügen, ja. Also, wenn, wenn, wenn du irgendwie 20 Jahre nur feierst am Stück, dann macht das natürlich viel Spaß, aber könntet ihr den weiteren Genuss des Lebens halt dann eben auch so ein bisschen verbauen oder wenn du eben halt ganz intensiv nur Computer spielst oder sowas in deiner Freizeit, dass dann irgendwann natürlich der Körper sagt, äh, mach ich nicht mehr mit oder, oder wenn du dann... Sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Genau. Genau. So, und da habe ich jetzt einfach ein Zitat raus, äh, raus, äh, rausgesucht oder, oder das, 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 das ich wirklich großartig finde und zwar von der Feli und dem Markus, die, und die viele tolle Reiseblocks haben oder zumindest einen großen Reiseblock haben und die aber auch die DNX ins Leben gerufen haben, die digitale Nomaden, äh, Konferenz in Berlin und mittlerweile ist hier so erfolgreich und groß geworden, dass es die eben halt auch, äh, in anderen Ländern gibt oder das jetzt, glaube ich, die Ersten auch schon gefragt haben, ob sie das in Lizenz oder irgendwie in anderen Ländern ausführen können, weil es so toll war und sie das eben eben woanders auch gerne hätten und die machen mindestens ein- oder zweimal im Jahr, äh, so, so Workcamps auch, was auch sehr, sehr cool ist, wo die dann eben halt mal drei Wochen mit, äh, Leuten zusammen nach, äh, Brasilien zum Beispiel ganz gerne eben reisen und dann wird da eben zusammen, äh, zum einen Persönlichkeit entwickelt, aber dann werden dann eben auch alle möglichen Belange von digitalen Nomaden eben halt diskutiert und, und, und die tauschen sich da aus und machen morgens dann zusammen irgendwie Yoga oder, oder machen auch Sport zusammen, aber dann werden eben halt auch Business-Themen und sowas eben besprochen. Und was total spannend ist, also, würde ich, glaube ich, auch gerne mal mitfahren, äh, was es jetzt immer, also zweimal haben sie das schon gemacht und zwar haben die irgendwie sich rausgeknuspert, weil sie auch so viel auf Reisen waren und die Feli war, glaube ich, auch eine lange Zeit generell auf so diesen, diesen Freizeitschiffen mit dabei. Am Anfang, als sie, als sie angefangen hat, ist sie eben halt mit diesen AIDA und wie sie nicht alle heißen eben unterwegs gewesen und da haben sie jetzt rausgeknuspert, dass es zwischendurch wie so eine Art Leerfahrten gibt, also wo quasi dann, wenn, wenn die letzte Station erreicht ist, Ach so, ja, der klassische Ablauffahrten, ja, richtig. Dann muss die zurück irgendwie in den, in die Werft fahren. Genau. So, und dann ist für eine Zeit lang... Oder halt wieder den Starthafen wieder anfahren, genau. Genau, und da ist für eine Zeit lang quasi das Schiff dann eben halt leer, wird dann schon großartig durchgereinigt und quasi für die Werft fertig gemacht und das haben sie jetzt irgendwie fertiggebracht, dass sie aber irgendwie mit bis zu 20 digitalen Nomaden quasi da mitfahren können und dann haben die eben da auch so einen bunten Haufen, wo sie dann eben dann so eine Überfahrt quasi für auch einen schmalen Thaler gemeinsam machen und das soll wohl auch sehr, sehr lustig sein. Das finde ich, finde ich ganz, ganz großartig. So, das war jetzt die lange Einleitung, aber finde ich auch immer cool, wenn Leute geile Projekte starten, sodass man das eben so ein bisschen auch dann featuret und einfach dann wieder auch ein paar neue Impulse raus in die Welt sind beziehungsweise die mich natürlich auch daran teilhaben lassen und an diesen Ideen und dann teile ich das natürlich auch gerne weiter. Ja, super, großartig. Und die haben das für sich mal rausgeknuspert. Da haben die gesagt, was ist denn eigentlich unser Motto? Oder wie können wir quasi die Essenz rausziehen, was unser Lebensmotto ist? Und was war? Und da haben sie gesagt, happy in the now und vision for the future. Und das ist für mich tatsächlich, also das könnte ich besser nicht sagen und das ist, im Prinzip habe ich das so eins zu eins für mich übernommen, weil wenn du im Jetzt nicht glücklich bist, wenn du nicht die Fähigkeit hast zu sagen, jetzt lebe ich erfüllt und glücklich und bin zufrieden mit meinem Leben, so wie ich es jetzt gerade gestalte und was ich jetzt gerade tue, dann hat das alles keinen Taug. Also wenn ich mich jetzt nur Kasteihe, um dann irgendwann in der Zukunft mal ein schönes Leben zu haben, was ja viele auch traditionell hier in Deutschland gerne machen. Also Malochen, 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 Häuschen bauen, Familie groß und dann immer so diesen Blick auf, ja und wenn ich dann mal in Rente bin, dann kann ich mich erholen und dann kann ich endlich mal diese ganzen Sachen nachholen, die ich in meinem Leben nicht konnte. Dann fange ich mal an, ein Musikstück oder generell Musikinstrumente wieder zu lernen oder dann fange ich an zu reisen und all diese Sachen, was ja so ein bisschen für mich schon konträr geht, weil man dann oftmals dann auch gar nicht so fit ist und natürlich auch die Lernprozesse viel länger dauern, als wenn du das als junger Mensch eben tust und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man im Jetzt auch schon viele Dinge tut, die einen eben erfüllen und die einem Freude bereiten. Aber gleichzeitig sollte man immer so mit einem Blick auch mal auf die Zukunft schauen oder zumindest eine Vision haben, wo man in Zukunft gerne mal hin möchte oder was man noch mal erreichen möchte oder was man mal erlebt, getan, gesehen haben möchte, bevor man von diesem Planeten wieder abtritt. Weil meines Erachtens, und ich glaube, da haben wir ja in der, ich weiß es gar nicht, vorletzten oder vorvorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, weil diese Vision, die hilft dir immer so ein bisschen beim Kalibrieren. Weil du dich nicht mal fragen kannst, ja, das ist jetzt cool, da habe ich jetzt Bock drauf, das möchte ich gerne tun. Aber wenn ich auch gleichzeitig eine Vision habe, dann kann ich auch immer diese Frage stellen, das, was ich jetzt gerade tue, trägt das dann auch zu meiner Vision bei? Bewege ich mich dann in die Richtung, in die ich gerne möchte? Super cool, super cool, ja. Und deswegen wollte ich das unbedingt teilen, auch wenn ich das sehr weit ausgeholt habe. Happy and now, Vision in the future. For the future, genau. Wenn du immer eine Vision hast, die dich im Leben begleitet oder wo du gerne noch mal hin möchtest, aber eben auch gleichzeitig darauf achtest, dass du jetzt glücklich bist, und auch wenn du jetzt glücklich bist, trotzdem immer so ein bisschen im Blick hast, wo möchte ich denn irgendwie hin? Möchte ich mit 50 immer noch fit sein, mit 60 immer noch, mit 70 noch reisen können, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn ich jetzt auch schon ein paar Dinge tue, um mich halt auch körperlich und mental eben fit zu halten, dass ich dann, wenn ich eben vielleicht mehr Zeit habe, um zu reisen, das dann wirklich auch umsetzen kann und nicht dann plötzlich feststelle, oh krass, jetzt habe ich mein ganzes Leben mal hoch, jetzt habe ich vielleicht auch das Geld dafür, um mir viele Träume zu erfüllen, aber ich fahre jetzt eigentlich gar nicht mehr gern Porsche, weil mir wird irgendwie nach drei selben Teamen schlecht oder ich halte es körperlich gar nicht durch, so eine Reise zwei, drei Wochen durchzuziehen oder, oder, oder was man sich... Im Grunde übersetzt dann, glücklich im Jetzt und die Vision für die Zukunft. Dankeschön, genau. Ja, genau. Für unsere Freunde, die finden auch, dass wir zu viel Agnizismen hier im Einsatz haben. Also glücklich im Jetzt, die Vision für die Zukunft. Großartiges Bild, ja Marco, super. Schön. Und dann habe ich noch zwei Studien mitgebracht, die wir nochmal kurz betrachten können, die sind jetzt natürlich für uns nicht brandneu und haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal darüber gesprochen. Trotzdem passen die halt extrem gut auch jetzt in dieses Thema rein und das erste ist die Marshmallow-Studie, wie sie gerne auch getrachten wird. Die kenne ich, die kenne ich. Habe ich so ein Buch drüber gelesen. Magst du es kurz erzählen? Ja. Nee, kannst du gerne machen. Ich habe das Buch gelesen. Also es geht darum, dass... Nee, mach du es mal, mach du es mal, wenn du dich vorbereitet hast. Ich habe es wahrscheinlich nur rudimentär im Kopf. Ich habe die nur rausgesucht. Also wir kennen sie ja beide. Ich wollte jetzt nur nicht einfach nur den ganzen Redeanteil wieder an mich reißen. Nein, 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 das ist schon lauter. Also du hast ja bei uns immer den größeren Redeanteil, ja, Marco, da werde ich auch immer wieder darauf hingewiesen in meinem Freundeskreis. Ja, ist das gut so? Ja, das ist super. Wir haben... Das war ein Spaß. Ich finde, dass wir einen sehr gleichen Redeanteil haben mit dem Freund. Alles gut. Nee, erzähl mal. Marshmallow-Strategie oder... Genau, also die habe ich kennengelernt in meinem Marketingstudium und weil das eben auch so niedlich ist. Also da gibt es eben auch Videos zu, müssen wir eventuell auch nochmal raussuchen. Die Studie ist quasi so aufgebaut, es werden Kinder genommen und die bekommen im Alter von vier, fünf, sechs bis sieben Jahren, so ungefähr die im Alter sind die, bekommen die eben so ein Marshmallow vorgesetzt und dann sagt eben die Versuchsleiterin oder teilweise haben das dann auch die Eltern gemacht, die sagen dann, hier ist so ein Marshmallow und wenn du es schaffst, bis Mama wieder da ist oder bis die Versuchsleiterin wieder da ist, den nicht anzurühren, dann bekommst du noch einen zweiten. Also ein Marshmallow ist so eine Süßigkeit quasi, genau. Genau, das ist... Ich glaube, bei uns heißen die Speckmäuse oder so. Genau, Speckmäuse oder irgendwas Süßigkeit halt. Ja, so ein Fruchtgummi-Schaum oder irgendwie aufgeschäumtes Süßigkeit, genau. Und... Ja, genau. Und dann werden die Kinder damit eben alleingelassen und auch über ihren größeren Zeitraum und das ist dann eben total putzig, dann eben halt auch zu beobachten, wie die dann teilweise so rumleiten. Die legen das hin, ja? Ja. Und sagen, ich lege dir jetzt diesen einen Marshmallow hier hin. Ich gehe jetzt raus und wenn ich wiederkomme, bekommst du einen zweiten Marshmallow, wenn der nicht aufgegessen ist. Genau. So ist das Spiel. Richtig. Genau, so ist das Spiel. Was natürlich auch extrem unfair ist vielleicht in der Ansicht, weil das Kind halt wirklich vor diesem Marshmallow halt sitzt, ja? Und sonst auch kaum was anderes im Raum ist, ja? Aber deswegen ist es natürlich dann auch immer noch schwieriger, sich auf was anderes zu konzentrieren. Genau. Und dann wird er eben halt beobachtet und es gibt eben Kinder, die das eben überhaupt nicht großartig berührt und die dann einfach sofort zum Marshmallow greifen und es dann halt essen. Dann gibt es aber welche, die so immer ungeduldiger werden und dann irgendwann anfangen unten so ein bisschen dran rumzuknabbern schon und dann wieder zurücklegen. Und dann gibt es auch ganz Kreative, die dann eben anfangen, quasi von unten diesen Marshmallow auszuhöhlen mit dem Finger und schon noch was rauszessen und wieder hinzulegen, dass es so aussieht, als ob sie nicht gegessen haben. Das ist auch echt spannend, wie kreativ die Kinder dann halt in so einer Situation auch werden, ja? Ja, super. Genau. Limby kommt wieder zum Einsatz, ja. Limby kommt da wieder ganz, ganz stark zum Einsatz, weil der möchte natürlich immer schnell Belohnungen haben und schnell in den Genuss und in die Freude reinkommen. Und dann hat man eben aber damit nicht aufgehört, sondern, also das wurde eben halt gefilmt und die, die es dann durchgestanden haben, haben natürlich dann auch ihren zweiten und vielleicht auch noch einen dritten Marshmallow bekommen und die anderen eben halt auch nicht. Das war aber jetzt auch nur ein Teil dieser Studie, weil richtig spannend wurde es, nämlich dann, dass sie dann über 10 oder 15 Jahre weiterhin die Kinder beobachtet haben, wie die sich so weiterentwickeln. Und die, die es damals schon fertiggebracht hatten, auf die sofortige Freude, diesen Marshmallow zu essen, zu verzichten, die waren sehr, sehr häufig im weiteren Leben dann auch deutlich erfolgreicher. Richtig, genau. Und das ist eben halt, oder das macht mir eben halt an dieser Fähigkeit fest, dass es eben Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, eben im Ausblick auf eine spätere, größere Beute, Gehalt, Freude oder eben größere Ziele, die sie erreichen können, auf eine kurzfristige Freude eben auch zu verzichten oder diese möglichst lang eben hinaus zu zögern. Und wenn du diese Fähigkeit hast, werden Menschen eben halt wohl aufgrund dieser Studie eben deutlich erfolgreicher. Genau. Und die zweite ist wahrscheinlich die mit den Studenten, die man nach ihren Zielen gefragt hat, ne? Richtig. Richtig. Florian, du kannst in meinen Kopf schauen, das ist ja unglaublich. Ein belesener Mann, ich bin ein belesener Mann, ja, Marco. Ja, 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 genau. Genau, und das sieht, genau. Nee, ist doch klar, die Studien sind total mega cool, deswegen also immer wieder gern genommen, ne, großartig, ja. Ja. Und ich möchte ganz gern noch an dieser Stelle dazusagen, eben auch gerade im Zitat, das ich vorhin gesagt hatte, eben mit diesem Glücklich im Jetzt und eine Vision für die Zukunft, dass ich persönlich zumindest empfehle, dass man eben da auch gut die Waage findet. Weil wenn man immer nur verzichtet und auf später verschiebt, zum einen ist es natürlich nicht sichergestellt, dass du das dann eben alles auch bekommen kannst. Ja, Marco, und es gibt auch Vergnügen ohne langfristigen Schaden. Ja, auch Vorfreude kann ja eine Freude sein. Ja, ich denke auch Vergnügen im Sinne von Liebe, von Freundschaft, von gutem Essen. Also Vergnügen geht ja auch anders. Vergnügen muss nicht immer negativ für die Zukunft oder langfristigen Schaden erzeugen. Ja, das ist richtig. Ist total richtig, genau. Und das wollte ich einfach nochmal dazusagen. Und wenn du da eine gute Waage findest, dann ist das natürlich eben auch sehr, sehr gut. Aber man hat eben festgestellt, dass wenn man hin und wieder eben sich auch mal was versagen kann, um dann eben später noch einen größeren Erfolg zu haben oder eben noch eine größere Belohnung zu bekommen, dann ist das auf jeden Fall auch eine Fähigkeit, die man durchaus mal trainieren könnte. Das war zu dieser Studie. Dann kommen wir mal zur, ich glaube, Harvard-Studie nennt die sich auch. Genau. Ich muss mal ganz kurz, könnte auch eine andere große amerikanische Universität gewesen sein. Das war die ganz bekannte Harvard-Studie, genau. Und magst du die vielleicht mal erzählen? Nee, mach du mal. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Ach so. Ich weiß es nur, wo die mentär auch wieder. Also du bist wahrscheinlich besser vorbereitet. Alles klar. Gut. Also was hat man da gemacht? Also das ist jetzt schon einige, einige Jahre her. Und da hat man sich eben auch gefragt, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Und woran kann man festmachen, schon sehr frühzeitig, ob Leute eben dann langfristig erfolgreicher werden? Und da hat man vor circa 40 Jahren, ich muss mal gerade gucken. Ne, steht hier lustigerweise auch nicht drin, aber ich gehe davon aus, dass es Harvard war. Und das sind natürlich Studenten, wo man von Grund auf schon sagt, das sind alles High Potentials. Also die kriegen die beste mögliche Bildung und auch eine sehr gleichwertige Bildung und die haben schon einigermaßen was geleistet, sonst wären sie nie da hingekommen. In unserem Leistungssystem, muss man aber vorsichtig sein. In diesem amerikanischen Leistungssystem. Die waren am stärksten angepasst, kann man natürlich auch sagen. Genau. Aber sagen wir mal jetzt einfach nach diesem amerikanischen System waren sie eben halt High Potentials, weil du musst halt eine gewisse Leistung bringen, um eben halt an eine Elite-Universität überhaupt angenommen zu werden. Genau. Und da hat man eben 1500 rausgenommen vor ungefähr 40 Jahren und hat eben die auch getestet und hat eben festgestellt, dass die natürlich alle College-Abgänger waren, dass die alle einen sehr, sehr hohen oder auch teilweise überdurchschnittlichen IQ hatten und deswegen überdurchschnittliche Voraussetzungen alle aus dieser Studie mitgebracht haben, um dann eben, wie man es zumindest heute annimmt, eben auch überdurchschnittlich erfolgreich zu werden. So, und dann hat man sich eben angeguckt, verschiedene Verhaltensweisen, was machen die eben wie und was ist denen wichtig. Und da hat man jetzt ganz besonderen Fokus drauf gelegt oder zumindest jetzt, um später darauf referenzieren zu können, hat man eben auch geguckt, wie ist denn das mit deren Zielen. Und das ist echt sehr spannend, weil tatsächlich sind viele, 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 viele davon auch überdurchschnittlich erfolgreich geworden, was man eben halt angenommen hat oder vielen ging es auch finanziell gut und hat von diesen 1500 High Potentials eben analysiert, wer ist denn davon jetzt deutlich erfolgreicher geworden als der Rest. Und da sind tatsächlich nur 150 übrig geblieben. Und jetzt frage ich dich einfach mal zurück, wie viele von diesen 1500 High Potentials waren denn finanziell motiviert, um erfolgreich zu werden und wie viele waren durch eine Vision motiviert? Oh, ich glaube, die Geldmotivierenden waren höher und die Visionen niedriger, aber die mit Visionen haben es langfristig erreicht, eher prozentual erreicht, finanziell erfolgreich zu sein. Genau. Also genau so ist es. Also um es jetzt ganz genau zu sagen, es waren 1350, die finanziell motiviert waren und nur 150 davon waren eben durch Visionen. Also beziehungsweise durch ganz klare Ziele. Nicht, ich möchte jetzt so und so viel verdienen, sondern ich das und das möchte ich nochmal bewegen oder ich möchte gern in dem Job leben oder leben, genau, den Job irgendwann mal erreichen oder diese Tätigkeit oder ich möchte gerne Arzt werden, damit ich Leuten helfen kann. Also eben durch ein ganz klares Bild, auch wo sie hinwollen. Und die waren tatsächlich deutlich erfolgreicher als die finanziell motivierten. Das muss man mal daraus eben festlegen. Und das ist halt echt richtig, richtig spannend. Und da kannst du jetzt nochmal raten, wie war denn das Verhältnis von diesen 150, die dann überdurchschnittlich erfolgreich waren aus dieser Studie, wie viele davon finanziell motiviert waren und wie viele durch eine Vision motiviert waren. Ich glaube, das war ein ganz krasser Wert. Ich glaube, die Vision war, ich glaube, drei Viertel war über Visionen. Ja, ist noch viel stärker. Also tatsächlich sind da draus 150 Millionäre geworden, die man eben dann nochmal genau betrachtet hatte nach 20 Jahren und 149 waren eben durch ein klare Zielbild motiviert und nur ein einziger von denen war finanziell motiviert. Ja, krass. Ja. Ja, und auch da wieder dieses, was wir letzte Folge auch hatten, dieses klare Ergebnisbild schaffen. Genau. Dass man sich wirklich ein klare Vorstellung zu haben, was auch die eigene Leidenschaft ist, was auch die eigenen Fähigkeiten sind und da eben halt reinzugehen. Und diese finanzielle Motivation ist ja eben auch ein Stück weit schwammig. Die kann ich zwar konkret fassen, weil ich kann sagen, ich möchte gern Millionär werden oder ich möchte gerne in den ersten fünf Jahren so und so viel verdienen und dergleichen. Aber es steht halt überhaupt nichts dahinter. Es steht halt kein konkretes Bild dahinter. Und es gibt immer dann die Frage, Marco, die ich auch meinen Coaches oder meinen Coaching-Code immer stelle, was ist dann anders als jetzt? Und die meisten haben nämlich darauf keine Antwort. Sie wollen dann erfolgreich werden, sie wollen Büros haben, sie wollen Millionär sein. Dann frage ich sie immer, ja, was ist denn dann anders als jetzt? Genau. Und wenn sie ihre Leidenschaft gefunden haben, dann würden sie antworten oder antworten sie, ja, dann würde alles so bleiben, wie es jetzt ist. Und wenn sie unzufrieden sind mit dem Status Quo, dann würden sie ein anderes Bild malen. Richtig. Total. So, und dann kommen wir zur dritten Frage zu dieser Studie. Was glaubst du denn, was hat jetzt diese 150 wirklich extrem erfolgreichen, oder damals waren es eben halt Millionäre, was heute jetzt vielleicht gar nicht mehr so beeindruckend ist für viele, wobei ich finde das immer noch ganz, ganz beeindruckendes Ergebnis. Aber damals war das halt richtig, richtig exorbitant. Wenn du Millionär früher geworden bist, vor 20 Jahren, dann hast du wirklich schon sehr, sehr deutlich rausgestanden. Was unterscheidet denn diese 150 Millionäre von den anderen, denen es auch gut ging, aber die eben halt nicht so überdurchschnittlich erfolgreich geworden sind? Außer der Vision. Oh, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Genau. Das war nämlich, dass die, die richtig erfolgreich sind, zusätzlich hat man festgestellt, dass die ihre Ziele Aufgeschrieben. alle entweder klar hatten. Ah. Ja, ganz klar. Also nicht irgendwie, ich möchte gerne mal reich werden, oder ich möchte gerne mal dies und das, sondern wirklich sehr genau das in der Vorstellung hatte. Und die sind schon mal deutlich erfolgreicher geworden. Und die absolute Spitze, wirklich fast durch die Bank weg, also die wirklich ganz, ganz oben angekommen, und da habe ich jetzt nicht die ganz genauen Zahlen. Aber ich glaube, diese 10 Prozent oder 5 Prozent, die noch erfolgreicher waren, die haben zusätzlich das ganz, ganz klipp und klar schriftlich sich hingelegt. Die haben nicht gesagt, irgendwie ungefähr, das möchte ich mal haben oder da möchte ich mal hin oder ich möchte mal erfolgreich im Beruf sein, was ja keine wirklich konkrete Aussage ist. Und die haben sogar darüber hinaus, dass sie ein klares Bild hatten, haben sie gesagt, ich setze mich auch regelmäßig hin und schreibe das eben schriftlich runter. Und weil ich mir diese Studie noch mal zur Hand genommen habe und darüber nachgedacht, führe ich jetzt seit ungefähr 14 Tagen auch wieder Tagebuch. Ja, und weißt du, was da auch ganz spannend ist? Um mich dazu zu motivieren und das so zu fixieren, wirklich. Ja, finde ich kann man. Weißt du was noch, was auch ein ziemlich starkes Tool ist, was mir gerade noch einfällt? Habe ich mal von einem Freund gelernt, und zwar die Pressemitteilung in die Zukunft. Ah ja. Also du nimmst dir ja eine klassische Pressemitteilung, wird man ja kennen, ja, die Firma so und so, mit dem man dem Geschäftsführer hat das und das erreicht und so. Also man stellt quasi, man schreibt eine Pressemitteilung in die Zukunft. Mhm. Keine Ahnung, 3.4.2018, Datum, die Firma XY mit dem Geschäftsführer Y hat folgendes, also macht das und das und hat so und so viel Koten und macht das und das. Also man schreibt die Pressemitteilung in die Zukunft, als wenn man es schon erreicht hat. Ja. Und die Pressemitteilung sagt ganz klar, ne, diese klassische Geschichte, ähm, Stakeholder Value, die ganze Geschichte, ne, also was machen sie genau, was bringen sie dem Kunden, welche Abkürzung bauen sie dem Kunden, welche Probleme lösen sie dem Kunden, das kommt alles in die Pressemitteilung mit rein. Mhm. Und die wird dann quasi aufgehängt. Und jeder weiß dann, in zwei Jahren will man dann quasi diese Pressemitteilung rausgeben. Mhm. Und schon steht die Agenda. Finde ich ein mega starkes Tool. Ja, total. Na, nach dem Motto, keine Ahnung, die Gessinger GmbH ist der Marktführer in Europa für Coaching-Programme. Mhm. Sie hat über 50 Mitarbeiter an drei Standorten und verdient, keine Ahnung, 10 Millionen Euro Umsatz. und das bringt dich quasi dann hinter das Ziel. Genau, und dann kannst du es auch immer konkreter machen, beziehungsweise kannst du dann eben auch so schön deine einzelnen Milestones setzen und dann runterbrechen und sagen, ah, ja, okay, wenn ich 10 Jahre erreicht haben will, dann bedeutet das ja im Jahr ungefähr so und so viel oder ich kann es noch ein bisschen exponentiell reinnehmen und dann bedeutet das im Monat so und so viel und was müsste ich denn dafür tun, um das eben zu erreichen. und da sie immer auch werblich ist, eine Pressemitteilung ist ja immer auch ein bisschen werblich, weißt du auch ganz genau, welches Problem du beim Kunden löst. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, da könnte man wahrscheinlich lange hin und her diskutieren und dann habe ich auch in der Vergangenheit viel gemacht mit PR-Leuten. Ich sehe es so wie du, dass das eben auch eine Pressemitteilung oder eben halt eine Unternehmenspressemitteilung auch immer einen werblichen Charakter hat oder haben sollte und andere behaupten, ja, nee, das ist ja gerade das Tolle, dass es eben nicht Werbung ist. Also das könnte man sich ja nicht noch mal diskutieren. Und sie muss eine Einzigartigkeit noch enthalten. Irgendwas, was einzigartig ist. Dieser Nagel geht um die Welt, weißt du sowas? Genau. Dieser Blechnagel der Firma Schmidt-Meyer geht um die Welt und wird in Maschinen im Himalaya eingesetzt oder so. Irgendeine Story drumherum stricken noch, genau. Also ein ganz, ganz mächtiges Tool, das ich von einem Freund gelernt habe, also Pressemitteilung für die Zukunft schreiben. Genau. Und die an dem Datum dann auch absenden quasi zu sagen, so sieht es dann aus. Also finde ich ein mega krasses Tool. Vergnügen statt Zukunft ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Furian. Ja. Ja, so ist das. Und wenn du nicht so unternehmerisch unterwegs bist, wie wir jetzt vielleicht, dann ist auch ein ganz cooles, ganz coole Übung, also wollte ich jetzt gerade Werkzeug sagen, aber eigentlich eine ganz coole Übung, dass du dir quasi deine Grabrede schreibst. Also quasi, was möchtest du gerne, wenn du mal abtrittst von diesem Planeten, was möchtest du gerne, was über dich gesagt wird. Oder was du dann erreicht hast. Und wer ist da? Wie sieht es aus? Wer ist vielleicht nicht da? Genau. Total. Also wirklich, dass du dir wirklich mal ausmalst, ist für manche zwar ein bisschen erschreckend, aber im Endeffekt ist es halt so. Bei der Grabrede ist aber die Frage, wer ist da? Du könntest ja sagen, sind die Eltern da oder sind die Eltern nicht da? Ist ja eine spannende Frage. Ja, generell. Also können ja alle Menschen aus deinem Leben sein. Wenn du früher gehst, sind die Eltern nicht mehr da. Ja. Ja, klar, sicherlich. Wobei, das ist halt auch immer die Frage, inwieweit will man da jetzt wirklich reingehen? Und natürlich, glaube ich, würden sich viele wünschen, dass man möglichst lange mit den Eltern zusammen die Zeit verbringt. Und die wenigsten würden planen, dass sie so früh sterben, dass die Eltern dann halt noch da sind. Aber das kannst du ja auch auf Lebenspartner und auf Freunde. Also wer von deinen Freunden und Bekannten ist tatsächlich dann eben auch da? Wer ist mit dir durchs Leben gegangen? Wer von deinen Lebensgefährten? Ist das noch die gleiche Lebensgefährtin oder der gleiche Lebensgefährte, der dann da... Oder taucht vielleicht eine Geliebte auf? Genau. Von der keiner was wissen will, die aber dann trotzdem kommt oder irgendwelche... Oder die Mafia, weil sie noch Geld von dir bekommen möchte. Ja. Das kannst du dir natürlich dann beliebig ausspicken und vielleicht entwickelt sich daraus dann noch ein Drama und dann wird eben dein Cousin, mit dem du eigentlich wenig zu tun hattest, darauf aufmerksam und dann entwickelt sich so ein Kriminalfall und das muss natürlich dann irgendwie Dings und dann wird die Politik noch verstrickt. Und daraus wird dann ein Bestseller. Also wir machen Mut zum eigenen Buch, ja. Schreibt mal auf... Ich schreibe gerade ein Buch, das sind 450 Seiten, Buch schreibe ich gerade alles das, was ich meinem ungeborenen Sohn mitgeben möchte. Ach was. Ja, ja. Das ist ein Projekt gerade, was ich seit einem Jahr schon verfolge. Ne, zwei. Da schreibe ich quasi, was würde ich meinem Sohn auf 450 Seiten mitgeben. Und das verändert sich total krass immer wieder. Also ich habe immer wieder Passagen die ich rausnehme, wieder reinnehme und das ist super spannend. Also wenn ihr was machen wollt, das hilft total bei der Fokussierung. Ja. Ist das eigentlich so eine so eine Identierungszahl oder wie kommst du jetzt genau auf 450 Seiten? Ist immer ein klassisches Buch. Also für mich ist das immer eine klassische Buchgröße. Aha, okay. Ja, weil ich habe nämlich einen anderen Ansatzpunkt. vielleicht mal ganz kurz noch so eine kleine Werbeeinlage, aber wirklich für eine ganz coole Sache und zwar hat ja unser lieber Alex Fischer das Buch Reicher als die Geissens geschrieben und dazu gibt es eben auch eine 90-Tage-Challenge, die ich jetzt auch gerade angefangen habe mit meiner lieben Lebensgefährtin und da kommt das eben unter anderem auch diese Frage vor. Also wenn du eben halt ein Buch für deine Kinder oder für die Nachwelt schreiben würdest, was sollte denn da drin stehen oder was genau steht da eben nicht drin und wie sollte es eben sein? Das ist so eine der ersten Übungen und ich finde das sehr, sehr spannend, wirklich auch so diese diese konkreten Fragen sich mal halt eben zu stellen und das auch mal schriftlich zu machen. Genau, das Schwerste ist für mich immer noch das Inhaltsverzeichnis, weil damit fange ich ja an. Ja. Und das Inhaltsverzeichnis so zu strukturieren, dass es logisch ist und das ist so für mich die größte Challenge aktuell. Total. Ne? Total. Wobei aber auch da ein guter Tipp ist, also vielleicht hilft dir das wirklich, aber es gibt ja ein Tool, das viele zum Schreiben gerne benutzen. Scrivener? Scrivener. Ja. Und ich habe lange Zeit nicht begriffen, weil immer wieder kam die Frage, ja Marco, ja und warum Scrivener eigentlich und verstehst du das? Weil ich kann doch auch in Word oder in Google oder in zehntausenden Tools heutzutage Texte schreiben. Ja. Warum benutzen so viele gerne Scrivener? Na warum? Und mit der Zeit ist mir das klar geworden, warum die das so gerne benutzen und zwar arbeitest du da modulartig, das heißt du kannst wirklich einfach mal frei von der Leber entweder nur Stichworte, also du hast sogar so wie so Stichwortkärtchen für ein Kapitel und kannst dir die dann irgendwann vornehmen und schreibst aus den Stichworten dann einen Fließtext, ja, oder manche lassen sich das ja auch dann schreiben und dann hast du aber immer ein einzelnes Kapitelmodul oder kannst auch, wenn du da Lust hast, sogar die einzelnen Kapitel noch wieder unter untergliedern in einzelne Absätze oder Unterkapitel und die kannst du dann in Ordner zusammenfassen, das heißt, ja, was ist das denn für ein Aufwand und was sollen das bringen? Das Coole ist, du hast halt alles zusammen an einem Ort, du kannst sogar Quellen und sonst was da noch wieder verlinken und sammeln und dann wieder rein verlinken, so und das Spannende ist aber, wenn du dann das Gefühl hast, so jetzt habe ich alles runtergeschrieben oder jetzt sind alle wichtigen Teile drin, dass du dann aus diesen Modulen dir das quasi nochmal neu zusammenschieben kannst, also du sagst, aber der Teil wäre vielleicht doch ganz cool, wenn der vor dem anderen kommt oder der baut auf dem auf, was eine Riesenaufgabe wäre, wenn du jetzt einfach so einen Wasserfalltext hättest, also mit Wasserfalltext meine ich das klassische Wörtdokument, wo du quasi an Punkt A anfängst und runterschreibst bis Punkt Z, dann musst du eine unglaublich gute Gliederung da schon haben. Bei Scrivener vielleicht gibt es auch noch ähnliche Tools, die sind mir jetzt halt nicht bekannt, aber gibt es wahrscheinlich, da arbeitest du eben so modular und kannst dann eben das noch zurecht schieben und kannst dann eben auch nochmal ein einzelnes Teil wieder rauspflücken, wo du sagst irgendwie, ja war ganz nett, aber das trifft es nicht ganz oder das führt jetzt an dieser Stelle zu weit oder kannst sagen, Mensch, den Teil hätte ich aber ganz gern vorher, weil der einfach sehr gut auf das nächste Kapitel zum Beispiel vorbereitet und das hilft unglaublich, weil es dir die Möglichkeit gibt, auch wenn du nicht einen ganz konkreten Ablauf und Inhaltsverzeichnis vorab schon runtergeschrieben hast, das quasi dann eben noch zu entwickeln oder auch dann zwischendurch nochmal was reinzuschieben. Finde ich super. Ich mach das bei mir mit einem Mindmap. Das ist auch super. Also ich mach das mit Mindmeister, baue ich quasi jetzt wieder um, ich hab lange Zeit auch mit Fließtext gearbeitet, jetzt nehme ich quasi Mindmeister, baue die Mindmap, die Inhaltsangabe quasi in der Mindmap, strukturiere sie so lange und dann gieße ich sie rüber zu Scrivener. Ja. Aber erst muss die Inhaltsverzeichnis komplett stehen. Und was ich da auch noch empfehlen kann, ist der Arthur Neumann mit seinem Buch-Kodex-System. Mhm. Der hat auch gerade für viele Leute, unterstützt er auch, Sight hat da gerade das Buch geschrieben oder auch Danny Adams oder so, der unterstützt immer Leute beim Schreiben. zahlst du so 10.000 Euro, glaube ich, für ein Buch bei ihm und der macht das mit Fragen. Mhm. Der führt dich anhand von Fragen. Da führst du drei, vier Interviews, mehrere Stunden und der fragt dich im Grunde so knapp so 100 Fragen und dann schreibt er dir dein Buch. Ja, mega gut. Ja. Das ist echt, echt cool. Also da so einen Prozess reinzukriegen, wobei beim ersten Buch muss man dann auch irgendwie gucken und dann ist auch natürlich auch eine berechtigte Frage an der Stelle, wo wir jetzt hier mitten in diesem Mut zum Buch Buchthema sind, wie sehr siehst du dich eigentlich als Schriftsteller oder als Schreiber liegen? Macht dir das halt wirklich Spaß? Hast du noch ein gewisses Talent? Genau. Oder willst du dir dabei eben halt auch helfen lassen? Und da gibt es halt auch jede Menge Buchschreibcoaches zum Beispiel. Ja, und die Frage ist ja, Marco, wer soll, wenn du mal in Thalia-Buchhandlung gehst oder irgendeine Buchhandlung, weißt du, wer soll diese ganzen Bücher dann überhaupt noch lesen? Das heißt, die Aufgabe, finde ich ganz wichtig, besteht immer noch darin, was schreibe ich an meinen Sohn auf 500 Seiten oder 460 Seiten für meinen Sohn. Es ist auch nur für ihn gedacht. Es soll kein Bestseller werden, sondern es soll ein Buch geben, was in der Familie weitergereicht wird und was denn dem weiterhilft, der nächsten Generation. Darum geht's. Es geht nicht um einen Bestseller. Und das machen viele auch falsch. Es geht darum, dass du das Wissen in der nächsten Generation weitergeben möchtest. Das ist echt eine sehr, sehr spannende Betrachtung. Für mich. Also ich wollte jetzt gleich da wieder reinkrätschen. Naja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden und wenn jemand einen Bestseller schreiben will, dann möchte er das halt gerne tun. Eine Eins von 100.000 Büchern wird ein Bestseller. Das heißt, die Quote ist fast, ich glaube, du wirst dreimal eher vom Blitz getroffen. Ja, das glaube ich nicht. Aber, also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst beurteilen dann auch oder sich selbst da seine Ziele eben stecken. Aber was ich so schön fand, jetzt an deine Aufforderung, dass man eben auch da mal aus diesem Leistungsgedanken so ein Stück raus tritt ganz bewusst und sagt, als erstes Mal soll es cool sein für mich vielleicht, um bestimmte Sachen noch mal konkreter zu reflektieren auch für mich oder was würde ich denn da so zusammenfassen? B, zu sagen, Mensch, das ist was Schönes, was ich eben halt dann an die nächste Generation gerne weitergeben kann und ich glaube, daraus kann dann natürlich auch ein Bestseller werden, weil du nicht diesen Druck hast von vornherein, dass du sagst, ich muss jetzt unbedingt Bestseller schreiben und da gibt es wieder die und die Regeln und dann muss das so und so sein und das Buch hat aber schon jemand anders geschrieben oder der Tipp ist schon bekannt und deswegen nehme ich nicht mehr rein, sondern dass du dich erst mal davon losmachst und dann kannst du dir im nächsten Schritt überlegen, Mensch, das ist so cool geworden, vielleicht machen wir da doch noch was Großes draus und das ist jetzt kleine Randnotiz noch schnell von mir, was mir irgendjemand mal erklärt hat, der Riesenunterschied ist zwischen der amerikanischen und der deutschen Filmproduzentenszene und zwar hat er das mal so schön auf den Punkt gebracht und ich erkenne es auch immer mehr, die Amis, die produzieren Filme wie Kunst und verkaufen sie dann als Handelsware, während die Deutschen die Filme als Handelsware produzieren und dann versuchen sie als Kunst zu verkaufen. Großartig, Jan Marco, großartig. Ja, und das war für mich halt so ein Schlüssel, wo ich gesagt, ah ja und deswegen sind die auch so unterschiedlich und deswegen sind die auch oftmals in den USA einfach so unglaublich viel kreativer, auch im Schreiben, im Gestalten und sowas und bei uns merkt man schon immer, da sind schon alle Hebel und Tricks und sonst was eben so schön vorher schon irgendwie bedient worden, ja, also man hat sich überlegt, ja und damit das ein Erfolg wird, muss jetzt noch der und der Schauspieler drin sein, weil der ist schon bekannt und deswegen muss das so und so sein und deswegen muss der auch die Rolle wieder spielen, die er schon 20 Mal gespielt hat, weil wir wissen, die war schon erfolgreich und da wird schon ganz viel immer weggeschnitten. Ja und du siehst, bei so kleinen Büchern, bei so kleinen Filmen wie zum Beispiel hier die, die Lombok zum Beispiel, ja, da war es nämlich erst Kunst und es hat sich dann verkauft. Ja und es ist mega cool bis heute geworden. Ja, für mich auch. Wenn ich einfach mal so rumfrag, sagen immer sofort gleich wieder Bekannte und Freunde, ey cool, den müssen wir eigentlich nochmal gucken, weil ich habe sogar ein bisschen ausgeländigen. Ich war im Kino und habe mir zwei Teile, da war so ein Special hier im Kino und da haben sie beide Teile zusammen gezeigt. Ja, mega gut. Den ersten Lombok und dann Lombok als zweiten, direkt hinterher, weil da kriegst du noch eine viel engere Verknüpfung hin zwischen den beiden Teilen. Ein großartiger Film. Ja, wenn ich gerade schon wieder dran zurückdenke. Das gab ja auch natürlich auch mal irgendwie so eine Szene reingezogen. Egal. Mit dem kleinen Männchen, was in deinem Kopf sitzt und immer gegen deine Stirnplatte hämmert. Ja, die? Aber die, ja, egal. Guckt es euch selbst. Wir wollen nicht sie spoilern, genau. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern, deswegen habe ich mich jetzt auch gerade mal zusammengerissen. B, winkt der liebe Ritchie das Band. Oh ja, oh ja. Vergnügen statt Zukunft. Das war ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Und, äh, ja. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir, Jan-Marco. Unser Thema wird lauten Wie nennst du dein Geld und warum hier Heurum liegt? Ja, das ist großartig. Also das, also das feiere ich halt doppelt. Also erstmal finde ich den Titel mega geil und da hat aber tatsächlich unser lieber Ritchie auch mal gezeigt, dass der halt auch echt so eine Kreativität hat. Weil das habe ich mir schon immer gefragt. Ab und zu hat er mal so einen kleinen Funken-Kreativität in den Titel. Ja, ja, ja. Nee, das ist super, weil er ist ja sonst auch eher so ein Toningenieur. In sich gekehrt. In sich gekehrt getrieben. Also sehr in sich gekehrt und sehr straight forward. Ja, und, und, und das tatsächlich dann so. Naja, gut. Und es ist eine Frage im Endeffekt, die wir uns natürlich schon seit langem auch immer gestellt haben, warum hier Heurum eigentlich rumliegt. Richtig. Lieber Freund, ich freue mich da extremst ernst drauf. Ich mich auch. Ich könnte eigentlich jetzt sofort direkt ansetzen dazu. Aber draußen scheint die Sonne wunderprächtigst und es ist alles grün und ich kann hier in die Weite schauen von meinem Büro-Cockpit aus und ich glaube, ich gehe jetzt auch echt nochmal eine Runde raus und lasse mir über die Fische und die Nase behen. Ich sagte, der Löwenzahngründer immer damals hier und jetzt aber schön ausmachen den Fernseher. Abschalten. 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 Bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li schrägstrich Podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Informationen, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald. Dein Jan Marco und dein Florian